hey leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft bad was und vor mir steht ein ganz besonderer gast hallo hallo mmbd 13 ja wir spielen einfach eine runde bw und ich würde sagen let's und doch holz menschen und irgendjemanden doch wir sind hier gelb und auf der web keine ahnung ich kenne die maps alle nicht aber die maps ist auch nicht so wichtig wir haben jetzt genau hauptsache unsere leute fahren da oben wieder so dass ich unten das nicht abkriegen ja das finde ich so blöd dass sie da auch rein schwimmen und dann alles mitbekommen ist so asozial einfach bringt auch nicht das bringt es halt echt nicht wir müssen jetzt zusammen arbeiten und nicht uns gegenseitig irgendwie die sache hier klauen die ressourcen ja wo ist denn der verkaufte bis hier okay das shop system ist halt auch immer noch so scheiße wie vor zwei jahren aber es gibt doch hier auch der neues bad was können wir vielleicht auch was probieren ja genau da machen wir das glaube ich ist sogar ein bisschen dynamischer und besser glaube ich ich glaube das hat ein anderes shop system beziehungsweise man kann nicht so viele sachen kaufen es ist ja einen kleineren shop oder so ich weiß aber gar nicht mehr genau okay alles das ist cool aber das ist aber ich ein bisschen spannender weil da geht das bett ja da musst du ja so zeit zeit holen ja ja das haben die so abgeguckt das finde ich sogar ein bisschen besser glaube ich so vom system her ja also dieses ab das ist voll das oldschool band das ist irgendwie schon voll out das stimmt das ist nicht mit der neueste das ist nicht der next level shit so wenn du den neueste shit ey jo man ey alter was ist hier los ich hab Holzspielzacke wo ist eigentlich Eisen haben wir hier gar nicht ne ich glaub da gibt so Inseln ja muss man erstmal anschaffen für den Game genau ja ähm lass mich die mitte gehen oh ich hab die lassen mich jetzt essen holen und rüsten da war so ein bobby der ist darunter gefallen eieieiei bobby von uns ja der tortummel mit blöcken das gibt's nicht nicht so geil es ist äh oh was haben die bogen jetzt schon was kann nicht oder das ist ein bisschen früh doch die haben bogen was okay das äh das äh ja das überraschend wir haben jetzt eine verbindung zur mitte ne oh wir haben eine verbindung die gelb die grün kommt zu uns ne ich hab einen getötet das ist hier alles voll rasant ja ich sag ja ja zwei aber nur alter wir brauchen hier hilfe 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 ich wurde richtig heftig geschlagen aber zum glück die grünen sind einfach schon bei uns wir müssen mal das rote ja alle fahren respektive nein scheiße ich bin runter gefallen oh scheiße wir sterben ne 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 bed ist noch da wird es noch da aber das bed ist echt noch da krass und hier ein typ ist doch hier gewiss unten drunter ne grüner hat sich bei uns eingebaut oh scheiße ja klar normal sind wir die übelsten zerficker sie unser tolles projekt legends of twitch oh ja dass ich entschuldige mich noch mal ich entschuldige mich noch mal im nachhinein ja ich habe mir nämlich die videos angeguckt aber es war wirklich ich habe vorher doch gesagt weil ich kurz dass wir das lieber doch nicht machen da kommt einer von rot und ich wollte auch ich hätte ich wollte dich ich wollte dich irgendwie davon doch abhalten aber du warst dann schon unten weiß ich ich wollte dich alleine lassen deswegen bin ich runtergesprungen weil normalerweise wäre ich nicht mit runtergesprungen weil ich habe mir schon vorher gesagt den lass mal lieber nicht machen ja ja aber ja das ist mir erstmal egal jetzt ist es passiert und wir wissen es bis nächstes mal dass wir das nicht machen sollte weil wir haben ja auch vorher eigentlich zu uns überhaupt gesprochen wie wir das machen werden ja das ist ja das stimmt aber wer sich nicht an die eigenen absprachen hält ja ich war der 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 hat halt nicht so genau der ist halt auch mehr so spontan der halt einfach mal so wenn ich gegner sehe muss ich tun wenn er einfach mal so gegner sieht dann endet er einfach mal so sein gesamtes Spiel weil es von irgendwie vom hier sicheren spiel einfach mal komplett in den Angriff freigehen und so ja klar er ist halt sehr spontan er macht auch einfach mal so ja jetzt nehmen wir mal eben auf und jetzt nehmen wir 10 Jahre mal dich auf und so weiter ja das ist selten ja Leute Leute ihr müsst halt wissen so wenn ich dann abends so von der Arbeit wiederkomme und dann habe ich so richtig Bock aufzunehmen dann mache ich das auch dann dann ja genau so ist das ja auch richtig aber das ist leider nur so selten gewesen in letzter Zeit obwohl ich es mir wirklich ernsthaft vorgenommen habe und das soll auch wieder jetzt weiterkommen okay das finde ich halt so komisch er nimmt sich immer so Sachen vor aber dann hält er die einfach mal überhaupt nicht ein oh scheiße hier die Grünen hab einen du hast einen ja ich glaub wir aber der hat uns scheiße das sind halt zu viele aber wo sind denn unsere anderen Team-Mails hab einen seid ihr da noch safe da unten ja ja ich hab einen wir haben einen getötet zusammen äh hier oben hä das ist voll kacke ich komm hier nicht mehr das ist voll komisch hier ah so ja das ist so ein halber Block deswegen ja warum ist das ein halber Block und kein ganzer ja weil es gibt halt nicht halb so nichts ganzes kommen wir halt wenn wir einfach hier rüber zu nehmen ja würd ich sagen wir sind doch jetzt hier schon hast du denn was ich hab nichts gut oh Bogen schützen ich bin hier auf diese Eiseninsel gefallen ja dann hol dir Eis und geh wieder zurück am besten geh lieber zurück als ich dachte immer zu denen zu gehen ist ein Plan ist ein Plan boah 32 aber ich denke ich kriege das schon hin dass Tartan eben ein bisschen aktiver hier wird wenn ich dann zwiege ich ihn einfach dazu ich zwiege ihn einfach ich werde ihn foltern einfach du trost mir irgendwas an sodass ich das machen muss ja ich tröde wirklich was an aber egal das wird mich schon alles sehen wir werden ja mal gucken ob es Tartan eben aktiver wird auf Youtube oder oder ob das Youtube-Game einfach so einfach mal so verlierst so nee das ist ja also nicht das ist meine es ist meine Passion Alter deine Passion uuuh weil es ist immer dein Dreamform es ist immer dein Dreamform es ist immer dein Dreamform genau so übel so übel Persönlichkeitsentwicklung nicht keine Ahnung dass das John Land schon gesagt hat keine Ahnung hä was ist das für eine komische Lava-Folgen wir labern einfach ja wir labern einfach aber ist immer mega nice wir kriegen zwar im Game nichts geregelt aber warum machen wir labern so kennt man doch nichts ich hoffe euch gefällt uns das Video und ja ihr müsst auf jeden Fall Zartani abonnieren ne vielleicht hilft ihm das dann auch dass er dann wieder weitere Videos macht und auch nicht ja soll ich klickgeil werden? ja, nein bitte in die Kommentare ja genau bitte einmal bewerten komm ich komm ich mit Teddyfunk nichts so richtig gut mach dann auch so Pranks in so'n Scheiß ja sicher Junge naja TS Pranks oder so jawoll jawoll ja oh wir haben hier wieder Stress von Grün ja grün ich hab aber keine Waffe ich aber super ach ja du hast ja auch Eisen gehabt ja ich kann ja auch Eisen geben ja ja das wär echt gut aber die Typen die Typen will ich erst noch gecleanet haben ja das ist erst wenn die Typen irgendwie töten aber nicht dass du stirbst ne ja ah die haben die haben immer diese komische Scheiß die Knockback Scheißteile die Knockback nicht komplett weg die Knockback nicht komplett weg und jetzt wollen die da eine Hochbautechnik haben warte ich schmeiß sie erstmal hier das hin ja aber ich schmeiß ein bisschen hin da kann ich schon mal ein Schwert ok da siehst es ist gerade eine Akute ja ja der will ja der kommt nein ich schmeiß nicht ich schleudere ihn weg ok ja ich hab ihn weggeschleudert wuuu das ist ja ganz schön knapp wir müssen immer darauf achten dass die nicht so weit kommen wie der jetzt gerade kommt ah das passt aber schon nicht ich denke wir können so ein bisschen noch überleben ja ich wüsste mich jetzt endlich mal das erste Mal richtig aus mit Eisen und so also ich hole mir jetzt auch noch mal ein paar Blöcke und dann würde ich sagen wir müssen wir eigentlich mal nö wir müssen mal irgendwo hingehen weil immer hier zu bleiben die werden immer wieder kommen genau wir müssen Gold holen wir brauchen nen Bogen dann sind wir oh die kommen schon wieder siehste ach man ey was sind das für Leute ganz ehrlich ja würde ich aber auch was ist das für einen live beautiful live oh die kommen die kommen die kommen oh mein Gott ich wusste ich hole mir grad nen Schwert das freundes das kostet 3 ok oh oh da kommt ein Miner fuck nicht dass der unser Dings hat ne ist alles safe ist alles safe alles alles safe ich hab ihn getötet der hatte auch noch ne Spitzhacke abgeliefert oh mein Gott so ich hab noch Eisen in die Truhe getan das find ich halt immer bei ich weiß nicht ich weiß nicht also ich weiß nicht normalerweise mag ich halt nicht so gerne Bedwurst aber jetzt gehts eigentlich garne ja ja als es ganz spannend ist normalerweise wird man halt immer sofort weg und dann ist man weg vom Fenster aber jetzt solche Runden find ich klasse zum Beispiel ja sollen wir alle zu dritt drauf stürmen ja oder wo ist denn unser hä einer von uns ist wir waren mal vier ja einer ist wir sagen da aber eh nur die grünen zu uns kommen sind wir eigentlich relativ safe wenn wir jetzt voll auf die grünen drauf gehen komm wir müssen dann auch zusammen jetzt gehen ne ja weil guck mal hey was ist mit den grünen geroll hey da ist einfach niemand ne gönn sie dir ja ist echt so guck mal ich hab den einen grünen tot gemacht der andere ist da hinten nice jetzt hier ist wir haben die grünen Kampel jetzt kaputt gemacht ok ich hab hier Stressprobleme wir haben schonmal äh 25% ne eigentlich 33% haben wir schonmal oh jetzt hast du grad rote 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 ich hab einen getötet der einen Bogen hatte yes ja das ist super das ist klasse du bist hier oh über den Schützengraben ja aber die blauen sind natürlich stressig ne die sind natürlich heftig die sind beide hart stressig sollen wir jetzt hier den roten sneaken ja würde ich auch eher sagen komm wir hier lange die haben die hier den Weg gebaut siehst du nein ich bin runter gefallen dein ernst ist das dein ernst gerade ja da war ein Loch auf einmal alleine geh ich nicht zu den roten das kannst du vergessen ja warte ich hab aber 8 Volt jetzt im Gepäck oh 8 Volt im Gepäck hat sich klasse an wollen wir uns wieder bei grün irgendwie treffen die roten ich muss grad gegen die roten ok ich komm ich oh gelb kommt zu uns ach gelb sind wir gelb sind wir ne ich komm mal wieder zurück zu uns weil ich hab grad ein Leben verloren oh ja ok die roten kommen zu uns bist du hier auch irgendwo rot und äh gelb ähm rot kommt zu uns wer rot kommt zu uns über den Weg ich seh den gerade aber rot und blau betteln sich oh nein ich wurde runter geschlagen oh ich hab den roten getötet hä das ist voll nice die Runde eigentlich ja hast du das Gold verloren alles ja alles weg alles weg ja da kann man nichts machen ja auf einmal war hinter einer oh da kommt wieder ein roter ich geb dir mal ein bisschen Eis dann kannst du dir wieder sagen ja da ist wieder ein roter hier oben ja warte warte ich bin dran wo ist denn der hä ach du da oben ja der sneakt da oben irgendwo sag ich mir den mal holen ich hole ihn mal du kannst dich mal ausrüsten dann musst du gleich beschützen wieder ich bin dann so ein kleiner sneaky boy ne so ein kleiner ist er down ja easy ja easy 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 hä die nutzen voll die die nutzen den Weg den die grünen einfach gebaut haben ich glaub die haben so ein bisschen zusammengearbeitet voll die gemein ja saubere geschichte okay komm wir gehen jetzt zusammen zu rot oder wir machen jetzt ja ich hole mir grad nur noch ein bisschen essen ich beobachte hier alles ich soll essen und so Biesle Biesle so ich mach mir auch direkt noch ein Schwert brauchst du auch noch ein Schwert ich hab alles ich hab das beste Schwert oh rot 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 ist ja tot rot ist bei uns oh oh ich pass auf ich pass auf ja rot will hier irgendwas machen aber die können einfach nichts machen ja zum Glück hast du vorhin ähm die Bogen von dem Kopf gemacht hä wie hast du das gemacht du bist doch voll safe ok ich hab's ich hab ihn easy ja nice no probleme jetzt komm wir gehen zu den roten durch die Mitte ja ne nee oder ich würd sagen oder über den Weg über die 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 ganze Zeit zu uns kommen oder ich bin schon in der Mitte oh ok ich sag ich lieber ich geh lieber auf den Weg wir treffen uns dann gleich dahin ja ok ich hab ja auch nochmal Gold vielleicht wäre das auch mal eine Idee ich hab vielleicht unser Gäber irgendwie dann hier bei ok hier kommt grad ein rot zwar wieder ja oh fuck ich bin dead scheiße was bist du tot? ja der rot hat mich leider vom Weg geschlagen aber ich hab den auch noch getötet lol hatte der gutes Equip? äh nee warte ich kann dir nen Bogen geben ey das wär eh was das wär echt nice ja kannst du mir doch Eisen geben oder hast du gar keinen? ah hier ist Eisen drin ok das ist hab der hingeschmissen wo 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 ah da vorne ah dank oh mit Pfeile weg ich hab zwei Pfeile ja einen brauche ich noch einen gebe ich dir zurück ich sag mir hey zwei Pfeile ist so ein bisschen los ja das wär nicht so da wollt's mir schon was gönne ne da die roten also der versucht es jetzt immer wieder da über die rechte Seite ja ja aber der wird immer wieder stahl scheitern so lange wir aufpassen jetzt so lange wir aufpassen so dann mach ich mir nochmal ein schönes Schwertchen hier wow ich wär hier fast runtergefallen oh mach mach nicht sowas mach nicht sowas äh wir könnten Team Rot attackieren 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 scheiße meine Sprache ist schon wieder richtig am Arsch da merkt man so ich bin ready ich bin ready eigentlich ich hab eigentlich ich wollte nur ein bisschen essen ja da komm ich mit dir wir zerstören wir alles wo hier ist wieder noch so ein roter Dude ah ok wo ist der Rote ist der wieder von rechts oder kommt der von der Mitte zack der ist dauernd ich hab den nicht ok ich komm jetzt mal ich komm jetzt mit mit zu ich komm jetzt wieder mit zurück die Sprache richtig am Ende du schießt den ganz von unten ab oder ich komm jetzt ich hol den von hinten du nimmst die auch immer von hinten fuck ok ich hab ganz übelst den Fack-Fräder gemacht nein 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 ich bin auch tot oh jetzt vor allem mit dem ich hab den Bogen kein einziges Mal benutzt und der ist so zu wechseln es gibt's nicht das war voll der Fail das war voll der Fail die Roten die laufen nur mit ihren Fäusten dahin und versuchen einen zu schnetzeln äh da ist doch äh äh eisernisch guck dir das ja in der Kiste in der Kiste dahinten ich mach jetzt aber auch mal so eine feige Taktik wie die einfach nur low equip also nur mit ein bisschen ein bisschen equip ja also ein bisschen Rüstung ist aber schon eigentlich wichtig wir müssen einfach irgendwie mal das Bett zerschirm wollen wir mal zu zweit laufen ja ja dann warte mal kurz auf mich ich bin grad noch in der Ausflussphase ja ich hab jetzt eigentlich alles noch ein bisschen essen ja gut nimm ein bisschen was mit und dann ich hab ein bisschen was mit ich hab ein Schwert und ja du hast eine Spitzhacke das ist gut ich brauche nicht auch noch eine komm wie hoch ja ich hab auch ich hab auch genügend Blöcke also da sollten wir uns die Sorgen machen ja ich kann dir auch ein Stack Blöcke gleich geben ja aber erstmal nicht das sieht erstmal ganz gut aus hier da ist da unten ne da unten könnten wir gleich das Eisen mitnehmen ne komm einfach weiter wir wollen die jetzt snacken hier wir wollen ja das war ja auch ein Sprung hier hier bin ich bei dem Sprung bin ich runtergefallen geh lieber geh lieber safe hier bin ich runter da sind schon wieder rote siehst du die rechts das sind Säue aber die haben das ah so doch die sehen mich scheiße ich hab gedacht aber die kriegen wir doch zack jetzt schnell auf rot jetzt hier hier lang hier ist grad safe wenn du hier lang gehst oh scheiße aber ich hab keine Crips fuck aber die schmeißen die Schlage einen so zur Seite bist du tot schon? ja ah fuck ich hätte einfach durchrennen sollen dann hätte ich aber ich hatte auch keine Spitze die hattest du ja ach man du hattest keine Spitze ich bin auch down aber das ist glaube ich gut wenn wir da mit nur einer Spitzhacke hingehen ja aber die gehen mit gar nichts hin und nur mit einer Spitzhacke glaube ich ah ah du hast denn aber auch die töten sich immer gegenseitig hä? ja das ist kacke das führt jetzt gar nichts das führt wirklich zu nichts einfach er muss ja zu massen sterben aber dann profitiert wieder einer davon weil die können dann eigentlich Meter machen nur wir sollten wir sollten damit eher profitieren als die ja komm und let's go ich hab mir jetzt mach ja auch mal eine Spitzhacke und dann go ja unser Team wir kommen damit unser teammate könnte auch noch mal ein bisschen Action machen ne? ja ich hoffe mal ich hoffe einfach mal darauf dass der irgendwie dass der unsere Base sichert wenn wir grad auf auf Tour sind ja das wär schön oder der macht ich weiß die blauen die sind irgendwie ich glaub die die holen sich die ganze Zeit Gold und am Ende werden die komplett alles zerstören oh ich bin auch wieder tot ich bin direkt tot also ich hab's überlebt aber ich muss mir jetzt auch mal so einen Schlagstock holen ohne Witz mein Schlagstock ist echt eine nice und auf jeden Fall mal gute Investition ja nicht mehr in Aktien sondern in Schlagstöcke wird im Witz gehen ja genau jetzt neu neu bei Lidl Schlagstöcke nur zum halben Preis es gibt aber nicht irgendwo bei irgendeinem Supermarkt gibt's bestimmt so Schlagstöcke alter echt jetzt? no nimmer echt jetzt? ja es gibt so ausziehbare also dass du ja keine Ahnung dass du dich so ja ja da hört's dann auch schon auf es gibt so ausziehbare aus Plastik dann nein 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 die sind so aus Gummi die sind so klein aber die werden dann halt größer aber ich dachte man darf solche großen sind gar nicht ach ich weiß es doch auch nicht so genau weißt du was ich geh jetzt einfach mal auf die blauen hier längst diesen Weg lang oh das ist natürlich eine Taktik da immer auf die blauen immer auf die blauen die sind eh blau weißt du nicht bisschen auf die Scheiße hauen hier oh eskalier direkt ich bin schon ich bin auf deren Land schon mal drauf ne? du weißt? ist das gut oder ist das schlecht? oben auf diesen auf dieser Base bin ich drauf ah alter du hast voll viel voll viel voll gut gemacht voll viel voll gut gemacht und ich weiß nicht dass ich hier bin zumindest zielen die noch nicht auf mich also ich hab einmal eine Runde gewonnen indem ich ähm ich hab mich so gesneak ne? bei einer Base an einem anderen ich hab mich dann mit einer Enderperle hingeworfen hab mich dann so gesneak ne? und hab dann bin ich da so wie Assassin's Creed mäßig bin ich dann so rein jawoll jawoll also als richtige Assassine oder was geht's hier ab? jetzt nur noch ein paar Leute töten scheiße tot ja gut aber jetzt wohl die roten machen glaub ich schon richtige Assassine ja mein oh die roten kommen oh oh ich bin auch da ich bin jetzt auch auf jeden Fall die kommen nicht weit hä wie der komisch gesprungen ist da ist noch ein roter der hat noch in der Luft gebaut ey was macht der denn da? wie kann man sich denn bauen? ja das das sind die neuen das sind die neuen Technics ja ich glaub das heißt Fast Mönchen oder so ne? aber ich kann so was so einen neuen Schick kann ich gar nicht oh ich hab den ja mal getötet sauber 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 wir haben nur noch einige Fahrt nämlich nur noch die roten das hat unser teammate gut gemacht der das Bett zerstört aber ich war da ja genau ich war so im Background ich hätte da auch aktiv werden können der Backgroundsänger okay aber die blauen leben zwar alle noch aber die haben kein Bett mehr ich wäre dabei ich hätte gerne mal die roten auch mal irgendwie so ach man die haben immer dieses Schlagstück die sind echt kacke oh blau mit Bogen da oh pass jetzt mal auf ich glaub die roten die roten kommen jetzt die roten sind jetzt wieder auf dem Weg ja links von uns ist auch noch ein blauer ne blauer auch noch und ne mit Bogen aber das ist natürlich äh ist nicht so geil ne Aua das tut ganz schön weh der Bogen so ja klar also ist das schmiert und die roten kommen ja ja ich hab zwei Herzen ey ich hab nur ein Herz ein roter von wieder down ich opfer mich ich opfer mich ich opfer mich den roten hä wo sind die roten hä ach die sind hier hinten ne ja aber die dürfen nicht unser Bett kaputt machen alles nur nicht unser Bett ja ja ich würd gern mal das Bett von den roten jetzt zerstören einfach mal so einfach weil man es kann aber wir schaffen es schon ich geh jetzt einfach mal eiskalt zu den roten aber die blauen halten jetzt hier instant auf uns drauf wollen wir den mal irgendwie errushen kannst du ja mit der Faust errushen hier links ich weiß ja ich versuch immer du gehst du gehst du gehst mal am besten los ich versuch einfach mal der hat mich mit einem Pfeil getötet ja gut hä mit einem Pfeil geht aber eigentlich gar nicht der hat einen Dreierbogen oder sowas das geht nicht ach so doch die Dreierstärke ok Alter Alter was ist das für eine der braucht ja nur zu stehen ja ist ein asozialer und ein roter ist schon wieder bei uns obendrauf Alter die gehen aber beide auf den Staden ja weil wir hier die einzigen sind was haben wir den denn getan Achtung bei uns bei uns bei uns oh nein zwei Typen ok der ist weg aber noch ein roter hier außen drum herum ja der ist aber auch weg boah alter was hier geht Alter Spannung Excel pur wir haben kein Eisen mehr hat jemand noch Eisen? nee was machen wir jetzt? nichts mehr in der Truhe auch nichts ich weiß schon dass der blaue jetzt quasi direkt über uns ist quasi ok hol dir mal eine Spitzhacke wir müssen jetzt mal auf den blauen hier echt achten weil der ist echt gemein die sind alle gemein ja ok vor allem die gehen einfach nur auf uns warum eigentlich die haben so eine Allianz geschlossen wahrscheinlich ja die haben so unser Team gesehen zart haben oh der blaue ist bei uns der blaue ist auch bei uns scheiße lass ihn drauf da down nice lebst du noch? ja ich lebe wir leben wir leben wir leben ja wir aber scheiße ich muss nicht mehr so viel leben ich muss erstmal heilen auf rot müssen wir wir müssen es jetzt einfach riskieren auch wenn wir floppen alles andere wäre langweilig selbst wenn es unser letzter Angriff ist wir können ja eben dann sterben wir ehrenhaft wir sterben wenigstens ehrenhaft ja besser ist immer im Kampf zu sterben als einfach runter zu fallen dann kommen wir jetzt hier rechts über die Flanke voll die Märtyrer wir sichern uns nach grün einfach wir schwirren ja ja ich folge dir warte ich bin aber noch ein bisschen weit hinter dir her ja ich warte hier extra ich habe mir Essen mitgenommen und ich heile grad wieder weil ich hatte auch nicht mehr viel Leben aber ich hatte zumindest in meinem letzten Leben quasi alter hinter uns fliegen die Vorheile nur ich habe grad hinter dich so geguckt schnell lauf bei mir ist hier einfach ach nee ich dachte das wäre Team Rot Alter nein ich wollte hier nur so einen Zwischenspeicher machen so ich dachte jetzt so hier große Party wir können hier so ein scheiß Bett zerstören aber ist nicht wir haben das aber näher zu rot als achte mal gleich was die für Pfeile schießen können alter hast du du hast Blöcke? mhm ordentlich und gut jetzt das Gute ist jetzt denken die dass wir keine Gefahren sind und jetzt kämpfen rot gegen äh blau das heißt jetzt können wir rot wobei da wieder drei rote hocken ne aber die gehen jetzt zu blau wir liegen hier so ein bisschen komm mal hier hin was machst du da was machst du da ich sneeke aber komm mal näher näher zu mir ok die roten die kommen oh die sehen uns die sehen uns oh scheiße jetzt muss ich aufpassen Hilfe ho jawoll ich habe einen Schlagstock ich kann nein nein oh ich bin deadly shit und blau visiert auf mich scheiße ich mach jetzt einen last run ich bin tot ok ich schau dir zu bei deinem final fight quasi bist du nicht mehr ich bin tot nein ich seh dich gerade scheiße ohhh deadly ja die sind wirklich alle auf uns gegangen geil aber wir wir sind wirklich ehrenhaft gestorren das müssen wir uns lassen ja das war wirklich schon so aber wir haben es auch wirklich ich meine wir haben ein Team kaputt gemacht ein anderes so zur Hälfte wir haben viel geleistet aber am Ende hat es leider nicht gereicht ja aber die Runde war auf jeden Fall super geil ich glaube die gehen auch mega lang und ich glaube das reicht für die Folge ja ja Leute ich würde sagen wir sehen uns im nächsten Video wieder wenn es euch gefallen hat mit dem MMM in die dann liked das ganze doch und wir sehen uns wieder morgen im Video oder heute im zweiten bis dann Tschüss